Das ist doch gemeinsam los, oder? Ja, ja. Bitte. Aua. Aua. Mitte, Mitte, Mitte. Left. Mitte. Wieder left. Hard left. Hard left, hard left. Hard rechts, hard rechts. Oh, oh, hard left. Ausgesehen. Ganz hard left. Damn. Jetzt schmittiger vielleicht? Oh, oh. Weil ich kreiche so dagegen. Oh, oh. Bleh. 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 Winner. Bleh. 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 Wir heben ab! Nichts hält uns am Boden! Hä? Warum lächst du wieder, Koro-Sensei? Warum? Mit dem E-Ring? Das ist einer aus One Piece. Der lacht auch so. Ja? Das ist ja auch ein Bang-Anime. Wäre mal lustig, wenn das irgendwer so animieren würde mit dem... Wie heißt der? Koro-Sensei? Koro? Koro? Koro. Ähm... Dass der vorne steht und dann die ganzen Main-Chas von den ganzen Animes. So Goku, Ichigo, Naruto... Und so sitzen drin in der Klasse. Da gibt's noch so Fan-Mate-Stuff dazu. Da würde er dezent auseinandergenommen werden. Wer weiß? Da würde er geschädelt werden. Der alte häutende Holländer. Sich häutende Holländer. Ich würde mir tatsächlich Chinesisch bestellen. Jetzt? Was soll ich mir ziehen? Zwei Sachen würde ich mir gönnen. Nussbrige Ente. Auf Reis? Auf Reis oder auf Nudeln? Nudeln. Mhm. Appreciate ich, weil das habe ich auch vorgehabt. Und was noch? Und... Süß-Sauer. Oder Cherry? Süß-Sauer. Achso. Mit Teriyaki-Sauce? Keine Ahnung, wahrscheinlich, ja. Chicken Süß-Sauer. Warte, muss ich kurz suchen. Ich hab mir gestern bestellt. Was ist da? Ah, ein Schlapp... Welche? Hawaii. Uuuuuh. Das ist die letzte Mal, dass ich mit dem Seat deiner Hand fliege. Oh, haha. Du bist echt ein Komödiein, du kennst das. Oh, danke. Guck, hier ist ein ganz neues Menü. Weil er liefert zu mir. Ist eine Pizza dabei. Salat. Und eine Nachspeise. Und dann trinken. Hm, ja. Es gibt bei mir auch ein paar Sachen. Mit Burger hab ich das. Burger. Bommes. Trinken. Nachspeise. Oh, nice. Burger kann ich eigentlich nur bei Dings bestellen. Mackie. Ja, wenigstens kannst du das. Oh, der Mackies Ass. Achso. Vielleicht, was sie manchmal liefern. Du bist bereit! Warte, ist er versucht zu stoppen? Ich denke, dass er ist. Und werden wir ihn lassen? Ja! Okay, süss sauer haben die gar nicht. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Knuspriges Huhn. Tofu. Äh. Sesamchicken. Gegrilltes Hühnerfleisch. Lachs. Garnelen. Garnelen. Ja, ich weiß nicht. Schau. Schau. Wir werden etwas herausfinden. Okay? Wir brauchen wirklich diese Teile. Je größer, je besser. Sushi? Hard? Ja, da würde ich mich sehen. Ja, wenn man sich zur Ohrsteuer wäre, würde ich mich da aussehen. Ich habe wohl einen Gutschein dafür. Deswegen würde ich da bestellen. Ja. Das war der Minigame. Ja. Ja. Was soll ich mir als zweites gönnen? Äh. Ja, keine Ahnung. Knuspriges Huhn oder Sesamchicken? Knuspriges Huhn würde ich sagen. Mhm. Auch auf Nudeln, oder? Safe. Wobei so Gemüse Reis auch geil wäre. Es gibt auch Eierreis. Hehehe. Imagine. Ah. Machst. Haunterhack wahrscheinlich hätte er. Hast du es? Nichts. Ich weiß, aber ich this nicht. Nein. Aber ich auch mag es. Nein. Oh. 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 What the. Oh. 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 Oh oh. 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 Oh oh. Rose hat mich in der Sprechmuseum und mich für eine besondere Mission gemacht. Ich bin die einzige, die von Rose zu retten von der dunklen Seite der Universität. Wir sind auch die dunklen Seite. Stop lying! Ihre Mission ist, um sie zu schreien. Wir brauchen wirklich die Teile. Die größere, die größere. Welche Planeten bist du von? Nein, nein, nein. Es ist ein Verständnis. Wir brauchen nur ein paar Teile aus Rose. Du hast keine Teile aus Rose. Du wirst hier noch niemals bleiben. Für immer? Er hat nur gesagt, für immer? Oh mein Gott, ich habe eine Panik. Was müssen wir machen? In Sprechmuseum? Niemand kann die Sprechmuseum hören. Oh, wie kann man sagen, Cody? Neid ihr dumm, wir sind nicht in Sprechmuseum. Wo, wo sind wir? Rose hat mich, ich habe mit ihr Sprechmuseum so viele Male, ich muss sie finden. Oh, hier sind sie! Hey, Cody, probiere das auf. Das ist ein bisschen. Neid ihr euch nicht? Oh, was ihr da? Was ihr da seid? Ja, was ihr da seid? Cosmic inflation? Was ihr da seid? Ich schreien zu den Zellen? Ich schreie. Ich schreie. Und dann? Ich schreie, das ist normal. Wenn du hier raus gehst, oder nicht? Dann wir brauchen Cosmic Inflation. Und... Das ist eine Chemo-Spoor. Danke. Das ist ein Dr. Hakim. Ich sehe, dass die Zeit nicht durchführt. Let's go. Good job. Overall happiness. 2,5 km im Stunk, Scott. Das ist ein Dr. Hakim. Jetzt geht's los. Das ist ein Dr. Hakim. Der Hund! Das ist ein Dr. Hakim. Das ist ein Dr. Hakim. Sieg 1x. Das ist ein Dr. Hakim. Du musst aufschauen. Du musst aufschauen. Die Leute sind noch. Hier oben? Ja. Vorsicht der Tippe mal. Du musst aufschauen. Bei mir? Ja. In der anderen Richtung. Wir müssen eine ganze Runde werden. Ich bin gleich da. Ich muss hinter mir vorbei. Nein, nein, nein. Kannst du so weit rauf oder was? Ja, ich kann da die Wand entlang laufen. Okay, weit weit. Links ein bisschen? Ich habe gerade Partie am Bildschirm geschaut. Let's go. Warte, okay. Jetzt bin ich wieder unten. Warte, komm hier. Warte mal wieder runter. Okay, ich muss vorne relacionieren. Ich habe keine. Zup. Das ist jetzt ein Schmack. Warte mal. Auf den kann ich reiten, oder? Bäh. Der Rocket. Scheiße. Wo ist er? Leg ihn rein. In den Dirts. Komm her, Rudy! Bam! Hä? Wie lange dauert das müsste ich am Boden liegen? Keine Ahnung. Wo muss man irgendwie draufschauen? Ne, ne, die fallen hin. Ah, ha, 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 ha. Kommt noch einer. Ah, die fliegt dir jetzt nach. Er ist runtergefallen, okay. Let's go! Ich hab ihn, Junge! Der hat zukassiert. Ah, jetzt muss er ran. Wo ist das Tor? Ich find's nicht. Unten wahrscheinlich, oder? Da, ich hab's, ich hab's. Schade. Ich bin drin. Kritisch mit nicht sterben, nämlich. Scheiße. Ah, mach Stopp, mach Stopp, man ist jetzt da. Ich bin jetzt weg, Bart.